Bei einem Geräte-Update mit der Shure Update Utility kannst du dem vernetzten Sender auch das Firmware-Update für den entsprechenden Taschenempfänger übermitteln. Die Updates werden im Sender gespeichert und können per Infrarot auf die Taschenempfänger übertragen werden. In der Sendeeinheit drückst du auf Utility, dann weiter auf More, unten dann auf Firmware-Update. Nun erscheint die Info, welche Version zum Updaten für den Empfänger bereitsteht. Durch Anwählen von Update wird der Vorgang gestartet. Im nächsten Schritt näherst du den Infrarotsensor des Taschenempfängers an den des Senders mit einer Handbreite Abstand heran. Im Taschenempfänger muss nichts weiter angewählt werden. Die Firmware wird nun übertragen und der Empfänger startet neu. Jetzt ist auf deinem Gerät die gewünschte Firmware installiert.